Die Situation an der polnischen EU-Außengrenze zu Belarus wird so langsam zu einem Pulverfass. Selbst ein militärischer Konflikt liegt vor Ort ein wenig in der Luft. Sowohl die polnische als auch die belarussische Seite warnen sich gegenseitig vor Provokationen. Gleichzeitig droht eine humanitäre Katastrophe, weil tausende Flüchtlinge im Grenzgebiet ohne Nahrung festsitzen. Das deutsche Innenministerium fordert die Europäische Union auf, Polen mit der Situation nicht alleine zu lassen. Um illegale Einreisen zu verhindern, hat Deutschland seine Kontrollen an der Grenze zu Polen ausgeweitet. Sebastian Platholz. Kriegsrhetorik und Bilder der Entschlossenheit an der europäischen Außengrenze zu Belarus. Der polnische Premierminister schwört seine Soldaten auf ihren Einsatz ein. Sie sollen Flüchtlinge am Grenzübertritt hindern. Lukaschenkos Regime benutzt Zivilisten als Waffen eines hybriden Krieges. Was wir heute sehen, sind neue Methoden und sie sind eine wichtige Bastion dagegen. Eine gefährliche Lage, denn auf der anderen Seite des Zauns marschieren laut polnischen Behörden immer mehr belarussische Sicherheitskräfte auf. Die Regierung in Minsk warnt Polen vor Provokationen. Es soll sogar schon Schüsse in der Grenzregion gegeben haben. Und mittendrin 3.000 bis 4.000 Flüchtlinge, die bei Minusgraden unter frei im Himmel nicht vor- und nicht zurückkönnen. Wir haben kein Wasser und kein Essen. Wie lange sollen wir hier warten? Viele hier stehen kurz davor, wegen Kälte, Hunger und all dem zu sterben. Die EU wirft dem belarussischen Präsidenten Lukaschenko vor, die Flüchtlinge direkt aus Afghanistan, Irak oder Syrien nach Minsk zu fliegen, um sie dann an die EU-Grenze zu bringen. Viele von ihnen wollen weiter nach Deutschland, wo jetzt schon an der Grenze zu Polen verstärkt kontrolliert wird. Das deutsche Innenministerium fordert Warschau, mit Kräften der EU-Grenzschutzagentur Frontex zu unterstützen. Die Intention von Lukaschenko ist doch ganz konkret, mit diesen Migranten einen Spaltpilz in die gesamte Europäische Union zu setzen, die Europäische Union zu destabilisieren. Und deswegen bedarf es einer konsequenten Antwort der gesamten Europäischen Union. Einige EU-Staaten verdienen allerdings sogar an dem Konflikt. Denn die belarussische Airline, die die Flüchtlinge nach Belarus transportiert, mietet ihre Flugzeuge teilweise beim EU-Mitglied Irland. Damit schauen wir zu unserem Reporter Michael Wöhn. Wie war er für uns in Kuschnica? Das liegt an der polnisch-belarussischen Grenze. Michael, wie ist die aktuelle Situation? Also zuerst einmal ist das relativ schwer zu beurteilen. Von hier aus. Denn wir kommen hier nicht weiter über diese Straße. Die polnische Regierung hat eine Schutzzone oder wie man es dann auch nennen mag, Betretungsverbotszone, wohl besser eingerichtet, die von der Grenze bis vier Kilometer hierhin reicht. Das Betreten ist für diejenigen, die nicht in diesem Gebiet leben, verboten. Es kostet hohe Strafen bis hin der Androhung, dass man eine Nacht im Gefängnis verbringt. Also das wäre sehr ungemütlich, also weiterzufahren. Wir sind da also auf Informationen angewiesen, die uns zugeliefert werden aus dieser Schutzzone, beziehungsweise dann auch vom belarussischen Telegram-Kanal, Oppositionskanal, die immer wieder dann auch per Twitter die Situation beschreiben. Und die Situation, die ist offensichtlich tatsächlich extrem pekär. In der letzten Nacht waren es minus zwei Grad. Es gibt keine Verpflegung, es gibt keine wirkliche Unterkunft. Und das Letzte, was wir gesehen haben, dann auch an Bildern, ist, dass offensichtlich Migranten versuchen, die Grenzbefestigungsanlagen, das sind NATO-Drahtrollen, Schacheldrahtrollen, also zu durchbrechen. Mit dünneren Baumstämmen, mit mehreren Menschen versuchten dann, die polnischen Grenzpolizisten zu attackieren oder beziehungsweise diese Grenzbefestigungsanlagen zu durchbrechen. Aber was wir nicht wissen ist, ob es tatsächlich an der einen oder anderen Stelle dann gelungen ist, dem einen oder anderen Migranten in der vergangenen Nacht zumindest offensichtlich nicht. Da meldete nämlich dann die polnische Grenzpolizei dann im Laufe des Tages, dass sie doch mehrere Menschen zurückgedrängt haben, auch zu sogenannten Pushbacks und andere gehindert haben. Und das sehen wir ja immer wieder an diesen Bildern, da auch die Grenze zu überschreiten. Also die Lage ist extrem pekär, auf jeden Fall für die Migranten. Und der Druck wächst. Wie wird Polen jetzt reagieren? Was denkst du, Michael? Also Polen wird alles dran setzen, die polnische Grenzpolizei, also weitere Durchbrüche zu verhindern. Wir haben das in den vergangenen Wochen ja gesehen, wo hier in diesem Gebiet dann hinter mir es doch viele, sehr viele Migranten geschafft haben. Das wissen wir ja auch. Viele sind ja dann auch nach Deutschland dann weitergereist. Aber die Befestigungsanlagen sind offensichtlich ja schon relativ dicht. Man muss wissen, die polnische-belarussische Grenze, das sind rund 400 Kilometer. Davon sind rund 200 Kilometer durch den Fluss Bug begrenzt. Der Rest ist Landgrenze und nahezu komplett, oder das heißt auch komplett inzwischen mit Schacheldraht gesichert. Und bis zum Frühjahr soll hier ja auch ein 5,5 Meter hoher Zaun dann angelegt werden. Auch wieder mit einer Schacheldrahtrolle obendrauf, dann wird das durchkommen, sicherlich dann gar nicht mehr gewährleistet. Im Moment könnte das möglich sein in anderen Bereichen, in anderen Ortschaften vielleicht entlang dieser Landgrenze. Nach offiziellen Angaben in der vergangenen Nacht war diese Grenze allerdings nicht. Die Frage ist, ob es vielleicht nicht doch Migranten geschafft haben. Das kann ich im Moment also überhaupt nicht beurteilen. Offiziell, wie gesagt, ist die Grenze dicht. Vielen Dank für deine Einschätzungen aus Kuschnitzar. Danke, Michael Willenweber. Danke, Michael Willenweber.